hallo und herzlich willkommen bei red of gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel king's throne game of lust damit habe ich ja gestern klöschel angefangen schön dass es heute noch mal da ist so wollen wir mal starten ich habe elf von zehn königswachen ist doch gut das war alles einsammeln was man einsammeln kann VIP steht da was können wir einsammeln das ist da holen machen wir mal ganz bild rein ok da geht es glaube ich weiter aber wir schauen noch erstmal rum dass man abschneiden kann holen kann ist da wie 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 Ah, da kann man auch alle abholen. Aufstufen Oh, schon Level 1,30 1,40 Nicht schlecht. Also, Merlin ist meine stärkste Karte. Ok Was ist das hier? Da war noch was. Noch was? Noch was? Noch was? Ach, das noch nicht. So. Was haben wir schon mal? Ah, ich muss noch Sachen herstellen. Interessant. Das Spiel ist sehr umfangreich. Das Spiel ist sehr umfangreich. Was habe ich meinen Namen geändert? Was heißt ich? Gabriel Keller. So ein Mist. Das heißt nicht mal Red Bartok. Okay. Das ist fertig. Krönung. Das ist ein Mist. 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 Aber ich bin das eine Worte... Jetzt holen wir noch die Krone. Nochmal, den brauch ich. Waschtrommel und... Na ja. Ich brauch noch die beiden Sachen. Die kann ich allerdings nicht kaufen. Ach, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Mein Herr, Gerüchte zufolge, stecken sich die sich in mehreren Wälder, die mit unseren Männern angreifen oder auf weitere Informationen warten. Erstmal warten. Die Sperre sind da im Herd... ...und die ... ...und die ... ...und die ... Ja, das soll ich erst mal auskoreieren. Ein iPhone untergeben. Hier fehlt noch eine dritte Einsperr nur freilassen. Ein bisschen Einsperr, weil einer gejagt hat. Ah, das bleibt frei. Ja, das bleibt frei. Was sagt der hier? Einsammeln. Das sieht so ähnlich aus wie so ein anderes Spiel was ich habe. Das habe ich noch nicht gezeigt. Weil es kam noch nicht vor. Das heißt My Lords. Sieht auch so ähnlich aus. Oh ne, nicht My Lords. Call Me Hero war das glaube ich. Warum zeigt er mal das hier? Was ist da? Kann ich doch nichts machen. Oh, wir sind zu fertig. Was soll ich da jetzt machen? Was soll ich da 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 machen? Wie das ist passiert? Wie wo ist es? Wie da. Wie im Moment. Wie ist es denn eigentlich der Wiese, Die Wiese. Die Wiese. Wo ist eigentlich mein Wald? ich denke ich muss da hin. Einmal so einen Angriff gucken, wie das aussieht. Angreifen. Also steht nur ob du gewonnen hast oder nicht. Gegner und Ech. Der hat 1,6 tausend, ich habe 9 tausend. 200.000 gegen 2.000. Der hat ja keine Chance. Der ist schon Level 41, hallo? Es geht noch weiter. Ach je. Ich werde jetzt noch weiter spielen, aber ich werde jetzt den Flock beenden, sonst wird ein bisschen zu lange. Also schnell hier auslocken, zack zack zack. Aufstufen. Jawohl. Ja. 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 Ich mache noch was zwei, ich mache es jetzt den Preis nicht. Ich rauch es auf alles hin. Okay, so, ich werde jetzt hier rausgehen, ist immer noch da die Kaste, egal, bestätigen, und das war's von, äh, wie heißt das, Game, Game of Thrones, nein, King of Thrones, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei, ich hoffe, euch hat's gefallen, dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, tschüss.